Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Forgotten Anne. Wir waren ja das letzte Mal dabei gewesen, in die Fabrik einzudringen. Und dann werden wir vielleicht sogar in dieser Folge schon herausfinden. Be quiet. Do you realize what a forgotten like me can do for you? Not interested. Stop talking. You don't understand? I'm not cut out for hard labor. But I'm a wizard with numbers. For crying out loud, would you shut up? Come on, I'll do anything. I've got something you could do actually. Yes, finally. What do you need? Could you take a few steps back, please? You got it. Oh fuck, is this cool? Now that's useful. Wait, stop! Quill! Why did he do that? Quill was a rebel. I guess he did some bad things. But still, that is not protocol. We do not treat Forgotten like this at the plant. They come here to work. I think I understand what you wanted to show me. This is an unfair treatment for Forgotten. I'll report this to Master Bonk. We haven't even scratched the surface. Come on. I'm sorry. Quill didn't deserve this. No, he didn't. Okay, we're going to reveal the truth about the factory... ... in this episode. Okay. I'm out of breath. Okay. Geht kaputt? Oder gebt da auf, eins und zwei. Ja, gebt da auf. Gut. End klingt irgendwie etwas fertig. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Hey, ich wollte den. Okay. Diesmal hat er gemacht, gut. Äh. Das Treppenhochgehen macht mich immer noch fertig von der Steuerung her. Oh, shit. Fig! Rini, hallo. Ich war, uh, hoping du warst deine Runde. Ich wusste, du kommst zurück. Dann wirst du auch was ich hier machen und warum die Anforscher mit mir. Ich kann nicht das, Fig. Fig? Was ist passiert? Oh, Fig, du arbeitest hier. Ist das wahr, Fig? Du arbeitest hier? Ich bin Angst, du darfst gehen, wenn du wissen. Ich bin Angst, ich bin Angst. Ich bin Angst. Ich bin Angst. Sorry, but you're not. Ui. Okay. Ah ja, ich hab das. Gut, nach unten geht nicht. Es geht immer nur weg auf. Ich ahne schon, was kommt. Das Gesicht sagt schon alles. Oh, das Gesicht. Anne, ich habe gesagt, dass du nicht hierherkommen bist. Ich wusste, dass du wahrscheinlich nicht findest, dein Weg in hier ein paar Mal. Especially nach unserer letzten Rede. Ich hoffe, dass ich mit dir sprechen konnte, bevor du das gemacht hast. Wie kannst du etwas so machen? All diese Gottlieb. Anne, sie sind nur Dinge. Objekte. Was benutzt ein einziges Sock? Sie haben keine Wurzeln. Sie verdienen eine Chance. Meine Lieblings. Was ist das Vergottling, die du distilled? Das ist anders. Es ist nicht anders. Und du wirst es. Vergottling ist nicht ein schlechtes Ding, Anne. Es ist vorbei in einem Moment. Und sie werden auch kristallisieren. Sie haben ihre Leben gegeben, damit wir können weitergehen. Warum hast du mir nicht gesagt, dass ich ein Vergottling bin? Du bist ein Mensch, wie ich. Ich habe die Zügel-Rats, die dir gesagt haben, was nicht anders gesagt haben. Ich bin mir beantworte, als wir sprechen. Nein! Oh, und was haben wir hier? Die Sache, die sich selbst, Mr. Fink. Oh. Ist das jetzt so die Entscheidung, die das... Ich erinnere... Erinnere, wie wunderschön es sein wird. Nur du und ich, wie die alten Zeiten. Lachen Bücher, trinken Tee an den Feiern. Ich werde keine vergessen lassen. Wir lassen uns von uns. Entschuldigung, Thicke. Schau dich an die Furnace. Schau, was er macht. Herr, bitte stoppe die Furnace und ich komme nach Hause. Du musst verstehen, dass ich nicht kann. Ich verstehe. Puh, hab schon gedacht. Oh shit. Oh yeah. Wenn du die Furnace stoppst, niemanden, außer der Tauern, wird keine Ahnung haben. Und, bitte. Denk auf alle ihre Arbeit. Ich habe in das. Auch für die Götlinge gefunden. Das bedeutet, dass die Gebäude dieses Gebäude verbreitet. Sie haben ihre Arbeit verbreitet. Denk auf alle Göttingen. Denk auf alle Göttingen. Denk auf alle Göttingen. Denk auf alle Göttingen. Okay. Ich weiß gerade nicht, was ich machen muss. Fuck it. Echt. Das ist irgendwie. Was muss ich genau machen gerade. Ich verstehe, ich verstehe gerade nicht, was ich machen soll. Das ist echt blöd. Du, 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 du. Da ist der Bonklu ... Muss ich hier oben irgendwie was machen? Ach so. Okay, wenn ich den jetzt hier runter mache, dann geht der da hoch. Gut, okay, gut, dafür muss ich dann, ich denke, ich muss die da beide, den hier einmal hoch bringen, denke ich, okay, den hier wahrscheinlich jetzt einmal, jup, so, so, und jetzt kann ich den anderen Seite, der hier kommt, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. gut und mit dem hier kann ich jetzt da muss ich jetzt da unten wahrscheinlich jetzt noch was machen gut 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und das Acker. Oh, die Kristalle. Was? Was ist das? Ja, was genau das jetzt hier ist, finden wir in der nächsten Folge heraus. Würde ich sagen, die Folge ist jetzt zwar etwas kürzer als die Folgen zuvor vielleicht, aber... Wow. Die war auch dafür relativ, sagen wir mal, heavy, was Story und so angeht. Also ich habe mir schon gedacht, dass das irgendwie mit Mr. Bonko und so nicht alles so koscher sein kann. War schon relativ eindeutig, dass da irgendwas nicht stimmt. Und für mich war es deshalb auch relativ offensichtlich, dass die Vergessenen für die Energie halt sterben müssen. Was ist denn da? Ja, Anne ist ein bisschen angeschlagen von den ganzen. Kann man auch irgendwie nachvollziehen. Mal sehen, was wir da jetzt gefunden haben auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.